Hallo, ich bin Jasmin von Stempel-Doch-Mal.de. Ich möchte euch heute eine neue Produktreihe vorstellen, die heißt Orientpalast. Die kommt in einem Monat auch in unseren neuen Hauptkatalog, aber ihr könnt sie jetzt vorab schon kaufen. In bestimmten Sets, die es dann nachher nicht mehr geben wird, wo man auch ein bisschen was gratis bekommt. Oder aber auch einzeln. Und ich möchte es euch heute einfach gerne mal im Video zeigen. Denn da sieht man wie immer das Papier und die Farben einfach besser. Also das Ganze heißt Orientpalast und ist natürlich alles orientalisch angehaucht. Ja, ich fange jetzt mal mit dem Designerpapier an. Und facke das mal für euch aus. Das ist wieder so ein besonderes Designerpapier, denn da sind zwei Bögen dabei, die ein bisschen Goldschimmer haben. Und es sind drei neue Inkalas dabei. Die zeige ich euch vielleicht auch vorne ab schon mal. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Und zwar nennen die sich Meeresgrün, Limette und Feige. Das sind drei der fünf neuen. Die anderen beiden seht ihr dann im neuen Hauptkatalog, aber die drei kann man vorab schon mal kaufen. Und da ist dann halt auch das Papier so ein bisschen passend zu. Ich fächer das jetzt mal so ein bisschen auf. Ich finde die neuen Farben sehr schön. Also ich kenne ja auch schon die beiden anderen. Die passen sehr gut zusammen. Und ich habe sie auch schon in diversen Geschäften gesehen. Also im Ikea gibt es eine ganze Reihe damit, die diese Farben enthalten. Servietten. Da habe ich mir schon gleich eine neue Tischdecke gekauft. Und ja, passende Servietten und hier und da. Also das sind jetzt die Muster. Ich fächer das einfach mal so für euch auf. Dann könnt ihr da mal gucken. Wie immer von beiden Seiten. Das waren die normalen. Und dann gibt es noch zwei besondere, die halt hier diesen Goldschimmer haben. Die sind immer einseitig, aber dafür eben mit Gold. Und mir fällt gerade ein, dass ich euch ja mal die Farben vorlesen könnte, die noch dabei sind. Ach, es ist noch Jeansblau dabei. Also das Blau ist dabei, die drei Inkolor, Feige, Limette und Meeresgrün und Vanille Pur. So, das war das Papier. Dazu gibt es dann... Ich mache das mal so ein bisschen... So, schön als Untergrund. So, dazu gibt es dann, wie gesagt, die Stempelkissen. Es gibt passenden Farbkartons. Da sind dann die Farben... Meeresgrün, Feige und Jeansblau dabei. Dann gibt es hier diese... Wie nennt man sie? Wie nennt man sie? Miniquasten. Gold, Feige und Meeresgrün. Ich muss jetzt erstmal die Namen üben. Dann gibt es ein Stempelset. Das sieht so aus. Was ich total süß finde, sind hier diese kleinen Teile und auch die kleinen Sprüche. Hier unten steht noch, mit dir ist alles schöner. Freunde verdoppeln die Freude. Dankeschön, genieße den Tag, hallo. Das Leben ist schön und ein Gruß für dich steht hier noch. Das Ganze haben wir hier in Transparent. So sieht's aus. Und dazu passend gibt es dann noch Framelits. Die sehen so aus. Also die sind jetzt nicht aneinander, sondern das ist alles einzeln ausstandsbar. Was ich sehr cool finde. Das natürlich auch. Und auf der anderen Seite haben wir noch hier die Form, wo man dann zum Beispiel das Teil mit ausstanzen kann. Oder man kann das hier ausstanzen. Und dann diesen Stern vermute ich. Dieses Teil. Und das Teil. Und das. Ja, genau. Die Teile kann man damit alle ausstanzen. Und also davon bin ich ja verliebt, ne? Mal gucken, was man damit machen kann. So filigrane Sachen finde ich immer sehr schön. Und dann gibt es passend dazu noch goldene Sticker. Die packe ich natürlich auch mal aus. Also es gibt immer zwei von diesen Platten. Zweimal das, zweimal das. Und es sind halt durchsichtige goldene Sticker. Die man hier einfach ablösen kann. Und die gefallen mir besonders gut. Gold mag ich ja eh. Das sind nochmal so Bordüren hier. Sehr cool. So, also das könnt ihr so kaufen. Ihr könnt das alles einzeln bestellen. Oder, ich lasse das mal so ausgepackt. Oder es gibt zwei Sets. Ich habe mir das mal ausgedruckt, damit ich euch das jetzt einfach mal zeigen kann. Und zwar gibt es ein Set. Da ist alles enthalten, außer außer den Farbkarton und die Framelips. Ich gucke nochmal, ob es stimmt. Stempelset, Designerpapier, Aufkleber, Stempelkissen, genau. Und wenn ihr das so nehmt, also die Quasten sind auch noch dabei. Quasi das, was jetzt hier liegt, wenn ihr das so kauft, das kostet 73,50 Euro, dann bekommt ihr Großkärtchen und Umschläge in Vanille pur. Die habe ich jetzt nicht, weil ich das andere Set genommen habe. Aber das wäre dann ein Gratisartikel, den ihr bekommt, wenn ihr das halt so bestellt. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt alles haben, also auch noch die Framelits, den Farbkarton und diese Mini-Quasten. Dann bekommt ihr Umschläge in Vanille pur und extra starken Farbkarton in Vanille pur. Der ist neu, der Farbkarton. Ich habe jetzt beides noch nicht, das wird mir nachgeliefert. Aber der ist wie der extra starke Farbkarton in Weiß auch. Ist halt ein bisschen dicker wie der andere. Und die Umschläge und der Farbkarton, das wäre dann hier quasi die Ersparnis, wenn ihr das so als Set kauft. Halt als Gratisprodukt dazu. Die beiden Sets sind bis zum 31. Mai so erhältlich. Wenn dann im Juni der Katalog kommt, dann gibt es das nicht mehr zu diesen beiden Sets zu kaufen, sondern einfüllen. Und ja. Ich finde diese Serie sehr schön, vor allem die Farben. Ich werde mir damit jetzt was einfallen lassen und vielleicht am Freitag schon ein Video dazu drehen. Schaut auf jeden Fall vorbei und ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Oh, das ist ein Meckoschwin.